Hallo, wir sind das griechische Team und wir gehen in die 9. Klasse aufs Gymnasium. So nennt man bei ULTS die Sekundarstufe 1 und sie dauert drei Jahre, das heißt von der 7. bis zu der 9. Klasse. Am Ende des Schuljahres geben wir Examen, um den Gymnasiumabschluss zu erwerben. Dann beginnt bei uns das Lyseum, das heißt die Oberstufe. Darüber erzählen und sie haben unsere älteren Freunde.